Hi, ich bin's wieder, Sven Medlin. Schön, dass ihr dabei seid beim nächsten Video von Online Tennis Lernen. Heute möchte ich mit euch über das Thema Rückhand Slice sprechen. Zuerst möchte ich mit euch einige Grundlagen zum Thema Slice besprechen. Warum spiele ich einen Slice und was kann ich damit erreichen? Ihr wisst ja ganz genau, dass ich beim Slice dem Ball ein Rückwärtsdrall mitgebe. Das heißt, ich schneide am Ball nach unten weg und dadurch entsteht am Ball ein Rückwärtsdrall. Durch diesen Rückwärtsdrall entsteht hier oben ein Luftloch. Das verringert den Luftdruck auf den Ball und zwingt den Ball automatisch dadurch zu einer längeren Flugbahn. Das heißt, ein Slice verlängert grundsätzlich meine Flugbahn. Das ist wichtig, um gleich weiterhin mit dem Schlag zu arbeiten. Durch den Rückwärtsdrall, wie wir es gerade gesagt haben, erreiche ich also eine gute Länge. Das heißt, ich kann mit wenig Schlagaufwand eine sehr gute Länge hinbekommen und verhindere damit die Offensive des Gegners. Der zweite Vorteil, den ich beim Slice habe, ist, dass ich diesen Schlag natürlich flach wegspielen kann. Dementsprechend zwinge ich den Gegner dazu, einen tiefen Treffpunkt zu haben. Und aus einem tiefen Treffpunkt heraus ist Tempo zu spielen oder eine Offensive immer schwierig zu gestalten. Jetzt haben wir über die Defensive gesprochen. Des Weiteren kennt ihr zum Beispiel Roger Federer, ein Meister der Slice-Technik auf der Rückkant. Er benutzt den Slice nicht nur aus der Defensive heraus, sondern benutzt ihn auch aktiv in der Offensive. Und wie man den nutzen kann, das werde ich euch später auch noch verraten. Grundlegend zum technischen Ablauf beim Slice-Schlag, das ist egal, ob es die Vorhund- oder die Rückkant ist, ist, dass ich am Ball von oben kommt, versuche nach unten wegzuziehen, sodass der Ball hier einen Rückwärtsdrall produzieren kann. Das ist die ganz entscheidende Sache, die ich beim Slice habe. Der Unterschied zu einem Stopp ist, dass ich beim Slice nicht von unten am Ball arbeite, sondern ich arbeite wirklich von hinten an dem Ball. Das ist entscheidend. Das heißt, ich muss versuchen, meinen Schläger in dem Treffmoment so zu drehen, dass ich hinter dem Ball arbeiten kann, damit der Ball schön flach wegkommt und dem Gegner natürlich alles abverlangt. Ihr seht schon, dass mein Schläger von oben kommt und nach unten wegarbeitet am Ball. Das heißt, mein Schläger beschreibt eine Vorwärts-Abwärtsbewegung. Ich komme also von oben rein und versuche dann, den Schwung nach vorne mitzugeben und dem Ball dadurch einen Rückwärtsdrall mitzugeben. Jetzt möchte ich mit euch nochmal ein paar kleine Sachen durchsprechen, die für einen Rückkant-Slice wichtig sind. Zum einen versuche ich als Rückkant-Slice-Spieler möglichst nur eine Hand am Schläger zu haben, da ich dadurch das Gefühl im Handgelenk ein bisschen besser entwickle in der einen Hand. Zum Zweiten natürlich steigert das meine Reichweite, sodass ich den Ball aus schwierigen Situationen noch besser herauskratzen kann. Also Rückkant-Slice sollte möglichst einhändig gespielt sein. Es gibt auch Leute, die ein sehr gutes Gefühl in beiden Händen haben, aber vom Prinzip her ist der technische Ablauf ein bisschen sauberer, wenn ich dafür nur eine Hand benutze. Die zweite Sache, um die es mir geht, ist der Treffpunkt. Und dadurch, dass ich beim Rückkant-Slice-Ball von oben nach unten am Ball ziehe, ist es ganz wichtig für euch zu wissen, dass ich den Ball niemals hier oben aufsetzen sollte. Weil ich nämlich dann, wenn ich da runter ziehe, sofort den Rahmenkontakt habe. Deswegen sollte der Treffpunkt ganz wichtig hier immer in der Mitte liegen oder sogar ein bisschen darunter, damit der Ball auch genug Fläche hat, um den Drall zu entwickeln. So, wichtig wie bei jedem anderen Schlag, ist auch, dass ich hier versuche, meinen Treffpunkt nach vorne zu setzen, um eine optimale Energieübertragung zu haben. Von Bewegungsablauf her läuft der Slice so, dass ich versuche, die Schlägerspitze beim Start oben zu haben und quasi dann im Kreis runter durch den Treffpunkt führe und der Ausschwung läuft nach unten hin weiter. Eine weitere entscheidende Sache ist, dass der Slice vom Ablauf her, ja vom Schlag von oben nach unten läuft. Im Vergleich zum Topspin, wo der Schlag von unten nach oben läuft, ändert sich auch die Bewegung des Körpers dabei. Wenn ich einen Schlag von unten nach oben ziehe, versuche ich aus dem Körper von unten nach oben den Schlag hin zu unterstützen. Beim Slice ist das genau andersrum. Dadurch, dass der Schlag von oben nach unten arbeitet, versuche ich hier von oben nach unten lang durch den Ball mitzugehen, sodass der Körper die Schlagbewegung unterstützt. Eine optimale Treffhöhe für den Slice, um vor allem auch vielleicht ein bisschen Druck drauf zu kriegen, liegt ungefähr zwischen Schulter und Hüfte. Auf der Höhe kann ich beim Slice den Winkel immer noch ein bisschen nach unten spielen und dementsprechend auch mehr Tempo auf den Ball geben. Je höher ich den Ball treffe, desto flacher kann ich den Ball auch rausspielen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Solltet ihr den Ball unterhalb der Netzkante bekommen, ist es für euch extrem wichtig, dass ihr aus diesem Schlag Tempo rausnehmt. Weil, wie wir vorhin gesagt haben, verlängert sich beim Slice die Flugbahn. Und wenn ich jetzt einen Ball habe, der unter der Netzkante geschlagen wird, muss ich ja eh schon gegen den Winkel des Netzes arbeiten. Das heißt, ich kann aus der Situation keinen Slice mit maximaler Geschwindigkeit spielen, sondern muss in der Situation immer das Tempo rausnehmen. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Tipp für die Experten unter euch. Das Handgelenk ist auch hier ein wichtiges Element. Zum einen ist es das Gefühlselement, das heißt, da bekomme ich das Gefühl zum Fittenschlag. Zum zweiten ist es auch das schnellste Element, was ich bewegen kann. Dementsprechend, wenn ihr ein gutes Gefühl in der Bewegung des Slices habt, könnt ihr versuchen, euer Handgelenk hier noch aktiver, richtig schön mit einzusetzen, um die Geschwindigkeit eures Schlages zu erhöhen und dadurch den Gegner noch mehr unter Druck zu setzen. Aus gegnerischer Sicht ist es immer schwierig, einen weich gespielten, langen Slice schnell zu machen. Dementsprechend ist es für euch ein super Schlag aus der Defensive raus, um dem Gegner wirklich auch die Möglichkeit zu geben, zu viel zu riskieren und euch damit den Punkt zu schenken, in dem er einen Fehler macht. Zum zweiten, wenn ich den Slice langsam lang spiele, habe ich genügend Zeit, auf meine sogenannte Winkelhalbierende zurückzukommen. Das heißt, ich kann mich ruhig lang befreien und habe danach die Chance, sofort meine bestmögliche Platzabdeckung zu finden, um für den nächsten Schlag vielleicht nicht mehr aus der Defensive, sondern vielleicht in einer neutralen oder offensiven Situation dazustehen. Wie ich es gerade schon erklärt habe, Großmeister Roger Federer setzt den Slice in vielen Situationen ein. Zum Beispiel aus der Defensive, um sich lang zu befreien, aber vor allem auch teilweise in der Offensive. Roger Federer nutzt also die Vorteile des Slice-Schlages auch bewusst für sich, zum Beispiel häufig auch gegen Nadal, greift mit einem hohen Treffpunkt über seine Rückgangslice an. Der Ball wird schnell und flach gespielt und Rafael Nadal hat immer Schwierigkeiten, aus dem tiefen Ball raus zu kontern und Federer hat dadurch den besseren Winkel, kann vorne ins Feld zumachen und nutzt danach den Vorteil des flachen Balls, um den Volley ins freie Feld zu drücken und den Punkt gegen Nadal zu machen. Jetzt fangen wir mit dem Bewegungsablauf mal da an, wo es wichtig ist. Das heißt zum Treffpunkt hin. Wir starten also mal mit dem Schläger. Zuallererst versuche ich meinen Schläger vor der Slice-Bewegung, man sagt vom Prinzip her Kopf auf Schläger-Kopfhöhe, oben anzufangen, sodass die Schlägerspitze ein bisschen nach oben zeigt. Jetzt führe ich von hier aus den Schläger mit einer Drehung des Handgelenks zum Treffpunkt. Was wir gerade schon gesagt haben, im Treffpunkt sollte der Schläger hinter dem Ball stehen. Und ich ziehe dann am Ball nach unten weg. Der Schwung läuft weiter aus und ich komme danach wieder auf meine neutrale Position. Das war die erste wichtige Sache. Das heißt, wir arbeiten mit dem Schläger von oben nach vorne unten und versuchen den Ball von hinten zu treffen, um dadurch einen Rückwärtsdrahl zu produzieren. Die zweite wichtige Sache ist die Druckverlagerung vom Körper. Was wir gerade schon erwähnt haben, ich versuche mit dem Schläger eine Vorwärts-Abwärts-Bewegung zu spielen. Das heißt für mich als Spieler, ich versuche auch mit meinem Körper von oben zum Slice nach unten das Gewicht zu verlagern. Das heißt, mein Körper unterstützt quasi von hier aus immer meine Schlagbewegung. Dadurch kann ich noch mehr Druck erzeugen und die Gegner noch mehr unter Druck setzen. Die dritte Sache ist die Stabilität, vor allem im Oberkörper. Ich möchte ganz gerne stabil bleiben, damit ich aus dieser Rotationsbewegung heraus nicht zur Seite wegbreche und den Ball unsauber treffe. Dementsprechend versuche ich jetzt mit meiner einen Hand zum einen den Schlag auszuführen, zum zweiten mit der anderen Hand eine Gegenbewegung zu spielen, damit ich vom Körper her nicht zu früh rausbreche und wie gesagt den Ball unsauber treffe, sondern zum Treffpunkt hin sauber arbeiten kann, indem der Körper seine Position hält. Bei Roger Federer seht ihr immer ganz besonders, wie lang er auf den Treffpunkt guckt. Das heißt, er kommt von hier aus rein, guckt auf den Treffpunkt, hält den Körper stabil und erst wenn der Schläger vorne in der Ausschwungphase ist, dann dreht er den Körper raus und garantiert damit, dass er der Körper stabil bleibt und er einen optimalen Treffpunkt hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist hier nochmal die Fußstellung, um auch die Stabilität zu gewährleisten. Je offener ich jetzt bei der Slicebewegung stehe, desto unkontrollierter werde ich im Treffpunkt breche quasi raus. Deswegen solltet ihr auch hier darauf achten, dass ihr zum Slice möglichst, weil als Rechtshinner den rechten Fuß zum Slice hin nach vorne schiebt und da euer Gewicht drauf verlagert, um schnellstmöglich danach auch wieder natürlich zurückzukommen, wenn ihr zurück an die Grundlinie arbeitet. Auf der einen Seite, was wir gerade schon gesagt haben, erzeuge ich den Druck für den Schlag von oben nach unten. Dadurch, dass ich aber auch eine Energieübertragung nach vorne haben möchte, arbeitet mein Körper natürlich nicht nur von oben nach unten, sondern gibt auch eine Energieübertragung von hinten nach vorne statt. Dementsprechend braucht ihr immer beide Bewegungen, einmal von oben nach unten und von hinten nach vorne, um dem Ball möglichst viel Drei mitzugeben und natürlich die Energieübertragung auch nach vorne stattfinden zu lassen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps wieder ein wenig weiterhelfen, dein Tennisspiel zu entwickeln und deine Technik zu verbessern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere unseren Channel, damit du weiterhin keine Videos verpasst und immer auf dem aktuellen Stand bist. Bis dahin, dein Sven Melley.